Und dann von da die Arme fallen lassen. Hallo, du bist beim Golfen mit Freude der Kanal für Golfer mit Handicap 36 oder höher. So, wenn du noch nie einen Ball geschlagen hast, einen langen Ball, oder wenn du einen Freund hast, der noch nie einen Ball weit geschlagen hat, dann habe ich eine Methode für dich oder für deinen Freund, was, glaube ich, gleich funktionieren wird und dir sehr helfen wird, die Grundlagen schon am Anfang richtig zu machen, ohne es wird dir helfen, einfach den Ball zu treffen. So, es geht los. Ich gehe davon aus, dass du den Griff richtig gelernt hast. Denk daran, eher in den Fingern zu greifen, nicht in der Handfläche. Aber das weißt du schon. So, dann nimmst du deinen Stand ein. Wie weit weg solltest du vom Ball stehen? Stehe relativ nah am Ball. Okay, so, wenn das der Ball ist, das würde reichen. Den linken Fuß zurücknehmen. Der Ball liegt übrigens in der Mitte der Füße. Und dann, der Fuß wird einfach zurückgenommen und aufgedreht. Die Schulter bleiben gerade. So, jetzt der nächste Schritt ist, so gerade wie möglich auszuholen. So, wenn das mein Ziel ist, ist das gerade. Ich muss nach da ausholen. Und nachdem du gerade ausgeholt hast, hol bitte übrigens aus, bis die Hände ungefähr auf Schulterhöhe sind. Und du merkst, der Schaft ist relativ aufrecht. Das Griffende zeigt zum Ball. Aber es reicht, wenn du einfach gerade zurückschwingen denkst. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Verwende Schwerkraft. Also, das heißt, von hier lass einfach deine Arme fallen. Und wenn du das tust, wirst du viel Power generieren. Du wirst in den Boden gehen, was ganz wichtig ist. Und du wirst automatisch das Gewicht zum Ziel verlangen. So, ich mach's vor. Offen stehen, Schulter gerade, recht nah am Ball. Gerade hoch schwingen. Und dann von da die Arme fallen lassen. Und schau mal bitte meine Endpositionen. Das ist der letzte Punkt, auf den du achten solltest. Offen stehen, gerade hoch fallen lassen. Und dann einfach so locker entspannt mit dem Gewicht auf dem vorderen Bein stehen bleiben. Und genießen, wie der Ball fliegt und ins Ziel landet. Okay, ich denke, das ist ein ganz guter erster Schritt. Es ist unkompliziert. Du hast dann die richtige Drehung geübt. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Übung und für deine Golfkarriere. Tschüss.